Ich hoffe, Sie haben heute etwas Zeit mitgebracht, denn es geht um einige Themen. Bargeldverbot, Goldverbot, um unsere Börsenbriefe, ja um Gold an sich und natürlich auch um die Kryptowährungen und einige Spezialaktien. Alles gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, wie eingangs erwähnt hoffe ich, dass Sie heute etwas Zeit im Gepäck haben, denn ich habe heute einige Themenkreise, über die ich sprechen will, wo ich Ihnen auch ein paar Anregungen mit ins Wochenende geben will. Denn natürlich bleiben die Aktienmärkte extrem spannend, natürlich auch andere Märkte wie Edelmetalle oder Kryptos. Auch das werde ich heute mal thematisieren. Dazu natürlich ein bisschen Spezialaktien noch hinten raus im Gepäck. Aber zuvor habe ich auch noch ein paar Worte in eigener Sache. Ja, wir hatten ja vor kurzem unser Video zum Turnaroundbrief, wo es um Gold, Bargeldverbote etc. auch ging. Und erstmal vielen Dank natürlich dafür, dass mittlerweile viele Zuschauer ja erkannt haben, okay, wir machen hier so viel kostenlosen Content, da muss es ab und an auch erlaubt sein, dass wir mal für das Werbung machen, mit dem wir eben Geld verdienen. Ja, und auch wir müssen und wollen Geld verdienen, damit wir natürlich auch in Zukunft Ihnen nach wie vor viel kostenlosen Content hier auf Aktienlust TV natürlich präsentieren können. Ja, und das machen wir hauptsächlich mit unseren Börsenbriefen. Und unter unseren Videos gab es ja auch ein paar Postings dazu, die sich ja auch auf das Angebot bezogen haben. Ja, 39 Euro, ein Schnäppchen, wurde das ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ja, unsere Börsenbriefe, die sind sehr umfangreich. Da steckt viel Arbeit dahinter, natürlich auch Analysten, wir haben ja ein Redaktionsteam. Da steckt viel wirklich Herzblut und natürlich auch professionelle Kenntnis dahinter, weil es natürlich viele Anleger gibt, die auf unsere Analysen und Empfehlungen auch trauen und damit eben in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich waren. Also ohne jetzt zu sehr in Eigenlob hier zu versinken. Wir haben ja viele auch Lesertreffen, wo wir Lesertreffen, die wirklich seit Jahren unsere Publikation beziehen. Und da gab es schon einige, die in diesem Zusammenhang auch auf mich zugekommen sind und sich herzlich bedankt haben. Und es gab sogar welche, die gesagt haben, Herr Schmidt, ich bin durch Sie tatsächlich eigentlich als kleiner Handwerksmeister zum Millionär geworden, weil ich Ihren Empfehlungen gefolgt bin. Das sind natürlich, da gehört auch Glück dazu, das muss man dazu sagen. Natürlich gibt es viele Anleger, die sich wirklich die Empfehlungen rauspicken, die extrem erfolgreich sind oder auch mal eine Spekulation wagen, beispielsweise mit einem Hebelschein. Das haben wir in unseren Börsenbriefen ja auch dabei. Und dort wirklich der Vieh Geld investieren und genau den Schein treffen, der wirklich zu einem Ten-Bagger, also zu einem Verzehnfacher wird. Und dann kommen natürlich solche Entwicklungen zustande. Aber unter dem Strich würde ich mal behaupten, dass es keinen einzigen Leser unserer Börsenbriefe gibt, die nach fünf Jahren nicht irgendwie auch Geld verdient haben. Egal, wann sie damit angefangen haben und investiert haben. Weil das ist einfach natürlich unser Ziel, den Lesern wirklich eine vernünftige Strategie an die Hand zu geben, mit denen sie eben auch erfolgreich investieren. Und da haben wir eben unsere vier Börsenbriefe, wenn wir den Social Investor dazu nehmen, der sich ja auf die Handelsplattform eToro bezieht, die alle sehr, sehr unterschiedlich ausgerichtet sind, einen unterschiedlichen Fokus haben und auch unterschiedliche Anlegergruppen eben ansprechen. Und das ist ja nun mal so. Jeder Anleger hat eine andere Risikoneigung und jeder Anleger ist ja auch anders gestrickt. Und von daher haben wir ja auch diese Testangebote, gerade zu Weihnachten, zu Oson, wo wir wirklich mal günstig die Gelegenheit bieten, diese Briefe in Monat oder auch drei Monate kennenzulernen. Wie beispielsweise jetzt den Turnaround-Brief, drei Monate für 39 Euro. Das sind 13 Euro im Monat oder noch nicht mal 4 Euro pro Ausgabe. Und das ist wirklich mal etwas, was man sich gönnen sollte, weil überlegen Sie, für was Sie alles Geld ausgeben, gerade ob es die körperliche Fitness ist, Fitnessstudio oder ob es auch ein Abonnement von Sky ist, um Fußball zu schauen. Ja, warum nicht mal Geld ausgeben für etwas, was Ihnen ermöglicht, dieses Geld für andere Dinge dann auch auszugeben. Ja, noch ein paar Worte zu dem Video, weil da gab es natürlich auch thematisch einige Hinweise, das Bargeldverbot, da haben einige geschrieben, ja, das klingt mir so sehr nach Verschwörungstheorie. Aber überlegen Sie einfach mal selbst, was aktuell Stand der Dinge ist, ja. Natürlich, wenn Sie heute zur Bank gehen, schon heute sind Sie eigentlich limitiert am Automat, bekommen Sie eben eine Tageshöchstsumme, es gibt teilweise auch Begrenzungen, was die Woche angeht. Ja, natürlich, weil die Banken selber sagen, ja, so viel Bargeld haben wir gar nicht da, ja, da muss man vorbereitet sein. Also auch heute gibt es schon Begrenzungen, was den Zugang zum Bargeld angeht. Es gibt sogar mittlerweile Sparkassen, da kriegen Sie ja am Schalter gar kein Bargeld mehr, sondern nur über den Automat und da haben Sie natürlich von vornherein eine Begrenzung. Es ist aktuell noch gar kein Drama, das ist überhaupt kein Thema und es sieht ja auch so alles so ruhig aus, aber wenn jetzt eben Negativzinsen kommen und dann müssen Sie sich ja nur eins und eins zusammenzählen. Ja, was passiert? Ein halbes Prozent, was machen jetzt die Kunden bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck? Ja, okay, vielleicht ein halbes Prozent wird akzeptiert, aber was passiert, wenn man ein Prozent, anderthalb Prozent zahlt oder vielleicht sogar zwei? Ja, irgendwann werden die Kunden auf die Idee kommen, sagen, nein, das Geld lasse ich nicht mehr hier, ich hole mir es nach Hause. Also, wenn sie nicht bereit sind, es andersweitig zu investieren, beispielsweise in Fonds, beispielsweise in Aktien oder Edelmetalle. Und das ist ja irgendwie auch das Ziel der EZB, dass nicht zu viel Geld einfach geparkt wird. Es soll in den Umlauf, es soll investiert werden und das trifft eben zunehmend auch den Privatanleger. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeit, dass einer Entwicklung, die da auf uns zukommt, wo es heute eben schon Anfänge gibt. Und selbst wenn das nicht kommt, bleibt es ja trotzdem so, dass ihr Geld auf Tagesgeldkonten, Sparbücher und durch Gebühren etc. ja nicht mehr wird. Und die Kaufkraft durch die Inflation schwindet. Also der Handlungsbedarf ist ja auch ohne ein Bargeldverbot da. Und dann möchte ich auch nochmal hinweisen, dass damit nicht verbunden ist ein Zusammenbruch der Finanzsysteme. Das ist Blödsinn. Warum soll das passieren? Es geht einfach darum, schauen Sie nach China, dort hat kaum jemand Bargeld. Dort wird alles elektronisch mit dem Smartphone gemacht. Wir haben hier das Beispiel mit Luckin Coffee. Da gibt es gar keine Kasse in diesen Läden, wenn Sie Kaffee kaufen. Das geht alles über das Smartphone. Das ist eine weltweite Entwicklung hin zum bargeldlosen Zahlungsverkehr. Natürlich auch verbunden mit dem Wunsch oder dem Willen der Regierenden, der Notenbanken, das Geld kontrollieren zu können. Geldwäsche zu verhindern, Schwarzgeld zu verhindern etc. Unter diesem Deckmantel passiert das alles. Wir können das uns heute nicht vorstellen. Wir sind das Bargeld gewohnt. Und es gibt natürlich auch gewisse Bereiche, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das mal elektronisch regeln will. Aber wo ein Wille ist, ist immer ja auch ein Weg. Und das wird man sehen, wohin das führt. Es gibt in Asien, in China mittlerweile sogar Bettler in den Gassen. Die haben keinen Hut stehen, sondern ein Schild mit einem QR-Code. Das ist wirklich kein Spaß. Das ist die Realität. Und wer weiß, wie das bei uns in 10, 15 Jahren aussehen wird. Also uns geht es darum, und Sie können sich dieses Video gerne auch nochmal anschauen bei uns in der Videothek, dass Sie dafür sensibilisiert sind, dass Sie vielleicht einen Ausweg suchen, auch in dieser Turnaround-Chance, die wir hier am deutschen Markt sehen und einfach mal so einen Brief testen. Und wie gesagt, wir machen das zu Ostern und zu Weihnachten, wo wir Ihnen unsere Börsenbriefe im Angebot da präsentieren. Das ist jetzt auch nicht unendlich für die Zuschauer machbar oder für die Leser. Also man kann nicht immer das Ostern- und Weihnachtsschnäppchen machen. Natürlich haben wir das reglementiert, dass man alle zwei Jahre so etwas mal testen kann. Und sonst hätten wir nur Tester bei unserem Abonnement. Und wie gesagt, wir müssen uns ja auch finanzieren. Und das machen wir eben über diesem Weg. Da kommen wir jetzt zur aktuellen Situation an den Märkten. Und da tut sich ja einiges. Ja, heute wieder, ja, versöhnliche Worte, ein bisschen von Xi Jinping zum Handelsstreit. Er hat sich geäußert dahingehend, ja, natürlich versuchen wir einen Deal hinzubekommen. Auch wir sind da interessiert. Aber wir sind auch bereit, natürlich zu reagieren, wenn es diesen Deal nicht kommt und wenn die Amerikaner die Zollkeule noch härter schwingen. Also das ist natürlich nach wie vor dieses Geplänkel. Und wir wissen einfach nicht, wohin das führt aktuell. Das sind schon verhärtete Fronten und da gibt es einfach Details. Also der Teufel steckt im Detail dieser Verhandlungen, ja. Und ob man das eben auf die Schiene bringt oder nicht, da ist auch viel Taktik im Spiel. Ja, wer will wie nachgeben, wer gibt an entscheidenden Stellen nach. Und Sie könnten sich das sicherlich wie an einem orientalischen Bazar vorstellen. Der eine wirft hier ein bisschen was hin. als Giveaway und der andere muss natürlich irgendwas anderes geben, damit man sich in irgendeiner Form da annähert. Es bleibt da sicherlich spannend. Und es ist eine Gemengelage natürlich, in der jederzeit da irgendwelche Meldungen natürlich zu Kursausschlägen führen können. Aber das habe ich gestern auch schon erwähnt. Der Markt ist relativ trotzdem entspannt. Also die Ausschläge halten sich da in Grenzen. Und im Grunde genommen hat man ja auch diesen Rückschritt in diesen Verhandlungen auch mal dazu genutzt, Luft rauszulassen. Weil wir waren natürlich extrem überkauft an den Märkten. Gerade in New York, wo wir überall Höchststände hatten. Wir hatten Stimmungshöchststände. Und wenn Sie jetzt den Fear and Greed Index anschauen, den wir ja hier immer für Sie bereit haben, ja, da haben wir schon in den letzten Handelstagen deutlich von dieser fast schon Euphorie abgebaut. Sind wieder im leicht optimistischen Bereich. Und von daher sehe ich eigentlich schon die Konsolidierung dieser Rallye weit fortgeschritten. Und kann mir gut vorstellen, dass wir im Verlauf der nächsten Woche vielleicht schon wieder den Ansturm auf neue Höchststände sehen können. Unabhängig davon, was es mit dem Handelsstreit auf sich hat. Weil, wie gesagt, wir haben ja diesen Anlagedruck. Ja, das Geld will investiert werden angesichts eben auch dieser ja undurchsichtigen Gemengelage, angesichts dieser niedrigen Zinsen und fehlenden Alternativen. Und von daher können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass da für Aktien noch einiges drin ist. Interessant aber auch in diesem Zusammenhang, da haben wir auch schon am Montag drüber gesprochen, ist Gold. Gold hat korrigiert. Man ist ja seit 2019, seit Anfang an, also eigentlich ging die Rallye schon Ende 2018 los, von 1200 auf ja über 1550 Dollar gestiegen. Hat dann korrigiert, der Goldpreis Richtung 1450. Da haben wir so eine Unterstützung, die 200-Tage-Linie mittlerweile bei 1414 jeden Tag weiter steigen. Also da nähern wir uns allmählich sehr, sehr schön an. Und das ist so eine Entwicklung in der Vergangenheit, konnten wir das oft sehen, dass beim Goldpreis nach einer Rallye eine Konsolidierungsphase kam, bis man sich wieder der innere Trend praktisch gefunden wurde, um dann die nächste Etappe zu starten. Und diesbezüglich natürlich schauen wir uns heute auch mal unsere Favoriten in dem Sektor an, nämlich die Minenaktien. Denn eine Sache ist klar, man hat es auch bei den jüngsten Quartalszahlen schon gesehen, wenn der Goldpreis anzieht, da steigen auch die Margen und damit die Gewinne der Unternehmen. Und je höher der Goldpreis, wenn die nächste Rallye kommt, dann wirken wirklich diese Margenverbesserungen wie Gewinnhebel bei den Unternehmen. Von daher haben sie natürlich bei den soliden Minenaktien wirklich einen Hebel auf den Goldpreis. Und das sollten sie nutzen. Beispielsweise, Entschuldigung, bei Barrick Gold. In der Spitze hatten wir hier schon 20 Dollar. Jetzt haben wir korrigiert auf die 200-Tage-Linie bei 16 Dollar. Also da haben wir praktisch 20 Prozent mal Luft abgelassen. Da ist eine technische Unterstützung, sehr, sehr gute Ausgangsbasis da, jetzt in Position zu gehen. Das Gleiche gilt auch für Newman Mining oder Newman Gold Corp mittlerweile. Ja, die beiden, Barrick und Newman, liefern sich ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das größte Goldunternehmen der Welt. Nach Fördermenge ist es aktuell noch Newman Mining, nach Marktkapitalisierung glaube ich auch. Aber auch hier sehen Sie eine Konsolidierung Richtung 200-Tage-Linie. Das ist wie das Warten auf den technischen Ausbruch. Und das wird eben kommen, wenn der Goldpreis wieder anzieht. Auch bei Kinross Gold, ja, bleibt ja unser Geheimfavorit in diesem Sektor. Ja, ordentliche Korrektur nach dem Anstieg. Ja, man hatte ja schon fast 6 Dollar erreicht. Jetzt sind wir wieder im Bereich von 4,30 Dollar. Und da ist eben auch die 200-Tage-Linie als Unterstützung schon im Spiel. Und da kann man eben auch eine Beimischung vornehmen. Australien, ja, sollte man auch nicht ganz vernachlässigen. Dort natürlich die größte Minie Newcrest Mining. Die kann man auch sehr, sehr gut hier am deutschen Markt kaufen. Wir haben hier eine Konsolidierung, auch eben Richtung 200-Tage-Linie. Das sieht aus technischer Sicht auch sehr gut aus. Dann werfen wir auch wieder mal einen Blick auf die Kryptos. Ja, die sind zuletzt deutlich unter Druck geraten. Ja, zwischenzeitlich ging es ja wieder mal deutlich nach oben. Ja, da gab es natürlich Hoffnung, gerade in Asien, dass man da Fortschritte hat in Sachen Kryptos. Da gab es die Story mit Facebook, dass man eine eigene Kryptowährung platzieren will. Das hat den Bitcoins und Co. auch einen Schub gegeben. Aber jetzt ist irgendwie die Luft wieder mal raus. Heute nochmal richtig die Bitcoin und Co. im Tiefflug. Und wenn Sie sich jetzt den Bitcoin-Chart mal langfristig anschauen, da sehen Sie, dass man sich jetzt einer technischen Unterstützung einfach nähert. Die erste Linie, die ist beim Bitcoin schon ganz, ganz nah. Und wenn es da weiterfällt, dann haben wir die nächste Unterstützung im Bereich von 5.800 bis 6.000 Dollar. Also die erste 7.000 knapp darunter und die zweite dann bei 6.000, 5.800 Dollar als Unterstützung. Das könnte ein Bereich sein, wo es sich wieder mal lohnt, da in Position zu gehen. In unserem Social Investor Depot haben wir gestern etwas aufgestockt, unsere Position. Weil wir langfristig, wie gesagt, nach wie vor davon ausgehen, dass das hier ein sehr interessanter Sektor ist. Zum Beimischen natürlich nicht. Hauptsächlich investieren, maximal wie beim Gold eine Position von 10% vorsehen. Aktuell sogar natürlich noch niedriger. Da sind wir noch nicht so weit. Aber perspektivisch bleibe ich dabei, dass Kryptos eine gute Chance haben. Man spekuliert ja auch schon darüber, dass man Kryptos natürlich auch mit irgendeinem Sachwert irgendwie unterlegt. Wie beispielsweise Gold, um einen Gegenwert eben zu schaffen. Das würde das natürlich auch auf eine neue Ebene bringen. Und natürlich auch die zunehmende Möglichkeit, eben auch mit Bitcoin oder Ethereum zu zahlen. Weil das ist natürlich analog, diesen Vergleich habe ich ja schon mal gebracht. Ende der 90er Jahre, wir haben Internetaktien gekauft, obwohl wir selbst auch gar kein Internet benutzt haben. Oder ja, am Anfang dieser Entwicklung standen. Die besten Internetaktien gab es dann später mit Facebook, Google etc. Als natürlich sich längst das Internet auch etabliert hatte. So wird auch die Entwicklung bei den Kryptos sein. Ja und genauso Ethereum. Wenn Sie hier sich den Chart anschauen, da haben wir auch diese Unterstützung bei 140 Dollar, der wir uns jetzt angenehrt haben. Das sind aus meiner Sicht aktuell die interessantesten Kryptos. Wer da investieren will, kann das natürlich auch bei eToro tun. Da verweise ich auch auf unseren Zweitkanal Social Investor, den Sie ja auch hier kostenlos abonnieren können. Da gehen wir immer wieder mal auf die Kryptos ein. Natürlich haben wir dort auch konkrete Empfehlungen. Und Sie haben natürlich dort auch die Möglichkeit, über uns einen Zugang auf eToro zu machen, um unseren Social Investor eben beziehen zu können. Ja, jetzt gehen wir doch auf zwei Aktien ein oder auf zwei, drei Aktien ein und beginnen mit Tesla. Tesla gestern mit einer Präsentation. Ja, das sah schon aus wie beim James-Bond-Film. Ja, Elon Musk hat eben seinen Pick-up vorgestellt mit Panzerglas, mit richtig massivem Stahl. Er selbst hat gesagt, ja, er ist inspiriert worden oder Tesla ist inspiriert worden von einem alten James-Bond-Film. Ja, mal schauen, ob man damit den Geschmack der Amerikaner trifft. Ja, in Amerika sind ja solche Pick-ups absolute Verkaufsschlager, gerade für Ford etc. oder Chrysler, die da sehr erfolgreich solche Fahrzeuge produzieren und eben anbieten mit großen Ladeflächen. Und da will eben Elon Musk eben jetzt auch vorpreschen. Produktion soll 2021 starten. Ich weiß nicht, ob das dann auch schon in Deutschland in der Fabrik passieren wird, weil da könnte es ja Verzögerungen geben. Das passt ja zu Deutschland. Denn man hat auf dem Gelände, wo die Fabrik entstehen soll, Fledermäuse entdeckt. Das muss jetzt erst geklärt werden, ob man die irgendwie kostengünstig umsiedeln kann. Ja, das Fahrzeug, der Pick-up soll wirklich bis zu 800 Kilometer Reichweite haben. Schneller beschleunigen von 0 auf 100 wie ein Porsche 911. Das sieht man, in welchen Kategorien eben Elon Musk oder auch Tesla denken. Und wie gesagt, die Aktie selbst natürlich zuletzt. Sehr, sehr starke Entwicklung. Man ist in der Nähe der Allzeitrekorde. Und wie gesagt, ich habe diese Entwicklung verpasst. Das muss ich zugeben, hatte nur noch Restbestände im Depot. Jetzt warte ich natürlich, ob wir da nochmal eine Chance kriegen. Weil wie gesagt, er ist ein Verrückter. Er investiert, er zieht auch Kapital an und er kann diese Geschichte zum Erfolg führen. Vor allen Dingen, und da bleibe ich auch dabei, ist diese Sparte der Energiespeicher. Wird ein Riesenthema, wo man ja selbst schon Kraftwerke baut. Und ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema für Deutschland. Wenn wir diese Energiewende wie geplant irgendwie vollziehen wollen. Ja, wo kommt der Strom oder wie speichert man eben den Strom an starkem Wind oder Sonntag? Da müssen ja Lösungen her und davon könnte Tesla durchaus profitieren. Kommen wir jetzt zu wirklichen zwei Spezialaktien, nämlich um Baosun und Shopify. Das sind ja wirklich Spezialisten, die eigentlich E-Commerce-Auftritte anderer Unternehmen ermöglichen. Ja, ganz moderne Shops basteln und sich einer wachsenden Beliebtheit freuen. Klar, weil natürlich viele Online-Händler, man muss es ja immer anpassen, aktualisieren, modern halten. Und da bedient man sich gern der Expertise eben in China von Baosun. Aber die Zahl jetzt war nicht ganz so doll, wie ihr erwartet. Wobei natürlich nach wie vor starkes Wachstum da ist. Im dritten Quartal ist der Umsatz eben um 38,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Yuan gestiegen. Aber eben etwas langsamer als im Vorquartal, da waren es noch 47 Prozent. Und das operative Ergebnis lag eben bei 56,1 Millionen Yuan oder 7,8 Millionen Dollar. Ein Zuwachs von knapp 43 Prozent. Also eigentlich nicht schlecht, aber der Markt hatte eben mehr erwartet. Und vor allen Dingen war man ein bisschen von dem Ausblick enttäuscht oder was heißt ein bisschen sogar deutlich. Denn fürs vierte Quartal hat man eben einen Nettoumsatz zwischen 2,7 und 2,75 Milliarden Yuan avisiert. Und das ist eben ein Wachstum von nur noch 23 bis 25 Prozent. Und Sie sehen es natürlich, wenn Sie sich den Chart anschauen an der Reaktion. Da ging es kräftig in den Keller. Und hier kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass wir nochmal in den Bereich von 30 Dollar zurückfallen. Also Baosun ja in New York gelistet. Ich finde, wie gesagt, diese Thematik hochinteressant, weil es sich natürlich immer mehr ins Internet verlagert, immer mehr Shoplösungen gefunden werden müssen. Also wie gesagt, 30 Dollar kann man sich hier auf die Lauer legen. Natürlich der große Rivale in Nordamerika ist ganz klar Shopify. Auch hier mal ein Blick auf den Chart. Und hier sehen Sie, haben wir auch eine Konsolidierung aktuell. Um 300 Dollar hat sich die Aktie hier stabilisiert. Aber natürlich in den letzten Jahren eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Nicht mehr ganz billig. Die Frage ist natürlich, wo oder wie gehe ich in so eine Aktie hinein, vielleicht einen Fuß in die Tür stellen und darauf hoffen, dass die Aktie auch nochmal stärker einbricht, um dann eben nachzulegen. Aber wie gesagt, dafür gibt es einfach an der Börse keine Garantie, wenn man in Aktien investiert, die in absoluten Boom-Märkten zu Hause sind. Das war es von mir heute am Freitag. Ja, viele Themen. Ich denke, da war für jeden etwas dabei. Und sehen Sie mir es nach, dass ich ab und zu auch etwas in eigener Sache hier loswerden muss. Weil, wie gesagt, wir müssen unsere Brötchen verdienen. Wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen. Und dafür müssen wir eben auch unsere Börsenbriefe unters Volk bringen. Danke fürs Zuschauen. Ihnen ein schönes Wochenende. Ihr Jürgen Schmitt